Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei Jürgen Lichtensteiner. Was kann ich für Sie tun? Oh, ich würde gerne diesen Gutschein hier einlösen. Aber natürlich, wofür ist er denn? Pfeilschipspringen? Snowboarden? Jetski fahren? Nein, für das Uran-Tasting. Für das Uran-Tasting? Ja, genau. Oh. Warten Sie kurz einen Moment. Wir haben einen Notfall. Was ist denn los? Da möchte jemand einen Gutschein einlösen. Für das Uran-Tasting. Verdammt, das ist ein klasse Kuh-Gutschein. Die verkaufen wir doch nur, damit Leute sie verschenken und dann nie einlösen. Sowas hat noch nie jemand eingelöst. Ich weiß. Was machen wir denn jetzt? Da müssen wir dann wohl improvisieren. Und das ist jetzt wirklich Uran? Ja, absolut. Los, mal schneller. So schnell kann ich nicht trinken. Das schmeckt aber ein bisschen komisch. Oh, das muss die Strahlung sein. Deswegen ist es ja auch so gelb. Ah. Wofür ist er denn? Ähm. Schno-Boden? Schno-Boden! Also wenn ich mit Falschanspring gehe jetzt aus Falschansprings noch mal im Jet-Ski. Ja. Schno-Boden. Niemand. Jawohl.